Ich möchte euch hier in diesem kurzen Video zeigen, wenn wir Wertpapiere oder die neuen GIGO-Coins erwerben, bekommen wir kostenlos diese Token. Diese Token sind dafür da, damit wir einfach nur unsere Struktur, unser System durch den Fraktal ersehen und unsere Bonус erhalten. Hier sehen wir, ich zeige euch, wenn wir die Token erhalten, wie wir am besten die aufstellen. Hier an dem Beispiel sieht man das super. Das bedeutet, wenn wir Wertpapiere oder die Coins erworben haben, kommt darauf an, welche Anzahl. Beispielsweise, wenn ihr ein Paket von 650 Bonussen, ein Bonus gleicht sich einem Euro. Das bedeutet, ihr habt sieben im Board A und drei Token im Board B. Das ist interessant nur für die Leute, die wirklich dann ihre Struktur aufbauen, ihre Kombination zusammensetzen und alles planen. Nur als Investor ist es uninteressant. Wir gehen jetzt auf Fraktal, hier links, auf die Boards. Meine Webseite übersetzt es hier und hier können wir ersehen. Das heißt, wenn wir die Token erhalten haben, können wir hier planen. Das heißt, hier sehen wir sieben oben im blauen Bereich und sechs unten im grünen Bereich. Es gab eine Kombination von 3x3 auf diesen Token. Ergibt sich dann 25 Bonus. Ein Bonus gleicht sich einem Euro. Das heißt, dann 6x6. Das heißt, 6x6 im Board A sind 50. Das heißt, insgesamt 75 wurden hier schon erhalten. Plus nochmal 3x3. Hier ist es sehr schön zu sehen. Und jetzt haben wir neue Token. Und jetzt sehen wir, wie teilen wir die auf? Hier sehen wir drei unten im grünen Bereich und zwei nur im oberen Bereich. Das heißt, in diesem Bereich müssen wir eins aufstellen, damit wir 3x3 Kombinationen haben. Und dann diese 25 Bonus erhalten. Das heißt, wir gehen hier auf den leeren. Hier haben wir unsere Token. Wir dann bestätigen und sehen, dass es hier, jetzt sehen Sie, 3x3 ist oben und unten. Dann, wir haben noch ein paar zur Verfügung. Jetzt suchen wir hier raus und sehen, hier ist 3x3, jetzt 1x1. Jetzt können wir eigentlich, wir gehen mal auf diesen Token. Das heißt, wir gehen hier ist 1 und oben 1. Wir gehen ganz runter. Nehmen den. Bestätigen. Hier ist es super schön zu sehen. 2x1. Das heißt, dann gehen wir hier hoch die Linie entlang, damit 2x2 ist. Den hier. Bestätigen. Wird automatisch super schnell aufgestellt. Das heißt, und dann machen wir gleich hier eins drunter. Dann nehmen wir den hier. Bestätigen. Und sehen hier 3 und 2. Das heißt, die nächste Kombination, zusätzliche Kombination zu der anderen, nochmal 25 Euro. Das heißt, wir gehen hier runterscrollen und stellen den hier drauf, damit die Kombination hier 3x3 ist. Dann nehmen wir einfach den Token, bestätigen und haben hier unsere Kombination 3. Jetzt haben wir noch eins zur Verfügung. Den können wir einfach irgendwo aufstellen. Am besten, wenn wir jetzt auf den ersten ersehen, hier sind 11 und oben 7. Und nächste Kombination wäre 12x12 in dem gleichen Board, also Board A. Das heißt, Kombination 120 Euro bei 12x12. Das heißt, wir sehen hier 11. Das heißt, wir tun hier oben, das ist ein grüner Bereich, hier, tun wir den nochmal aufstellen. Und dann sehen wir hier 12 und oben 7. Das bedeutet, dass wir, wenn wir das weiter empfehlen, können wir hier oben dann die neuen Tokens von den neuen Partner aufstellen. Dann ergibt sich hier 12x12 auf den Token und unser Bonus ist dann bei 120. Die gleiche Kombination im Board B ist gewaltig anders. Das wären 200 Euro. Es gibt Board A, B, C, D, E und F. Hier oben können wir das sehen. Je höher der Board, desto mehr die Anzahl der Bonus. Alles weitere würde ich euch gerne persönlich vorstellen. Das wären die Aufteilung der Token für Partner, die das gerne weiterempfehlen. Hier Geld verdienen durch die Wertpapier-Weiterempfehlung oder durch die GIGO-Coins, die auch in der Wertsteigerung sind. Super, ich bedanke mich.